Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time von Shadowlord Ja, im letzten Part haben wir, ey, macht das Auge aus, haben wir den Siegelbereich der Schatten getreten Und ja, ich hätte nochmal auf die Idee kommen können mich einfach hier rüber zu hangeln, das hätte vielleicht geholfen 5 Rubine, ja, halt nur zum rüberziehen So, und nun kann ich auch auf und zu den da erwischen, wie es aussieht Ah, schade, was soll's Aha, sehr schön, so geht das also Gut, okay, und jetzt? Ich brauche Enter Haken und das Auge, das brauche ich nicht Okay, wie soll ich jetzt hier rüber hangeln? Das Auge war halt noch ein bisschen aufbewahren, ne? Und ich sollte keine Lichtfalle jetzt einsetzen, vor allen Dingen, weil ich die gleich vielleicht noch brauche Wenn ich lieber auf die normalen Falle zurück So, warte ich einfach, bis der wieder mal normal wird, dann haue ich ihn einfach mal einen Fall zwischen die Augen Okay, das früh Ah, Mann Ah, Mann, das könnte es ein bisschen dauern Ich glaube, ich muss den fast, ich glaube nicht, was ich muss, dass ich hier umbringen Und das Navi alles war, der Helm fliegt, war es auch nicht leichter für mich Geht doch Und ich muss nicht töten, na toll Dann muss ich hier wahrscheinlich ins Feuerfall einsetzen und mir geht voll die Magie flüten Äh, da, 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 da Na, in anderem habe ich nicht, weil ich keine Feuerpfeile habe Und da unten in der giftigen Pampa ist, äh, das Feuersiegel Äh, dieser Fall Ich gehe da verloren, meine ich Und jetzt? Und jetzt? Okay Mhm, ich verstehe, ja Ey, wollt ihr mich verarschen? Och, Mano Oh Wirklich besser, wenn man die 1, 2 laden Oder willst du die 2 laden oder was? Vor allem, bald habe ich keine, ja Oh cool Bald keine Magie mehr, wollte ich grad sagen Das heißt also, unter Umständen habe ich bald ein Problem Ja, ich habe ein Problem Ja, ich habe ein Problem Ah! Autsch, das hat weh Gut, dann Letzter Versuch Ansonsten Mano Ich habe keine Verklammte Magie mehr Ein schönes Zeitstoffzauber oder so Ein Magie zauber, der einfach mal eine Magie wieder auffüllt So Na gut Geil Was soll ich denn jetzt machen? Ohne Scheiße, das ist später nochmal, ey Oh Mann Also ohne Feuerzeile Ohne Feuerfeile ist das verdammt schwer Wenn überhaupt Wenn da überhaupt Wahrscheinlich geht das nicht einmal ohne Feuerfeile Geil! Super! Da hinten ist die Tür zum Lichttempel Oh Scheiße Das heißt, ich kann gar nicht mehr auf neue Session beten Toll Mach ich jetzt mal hier den Feuerhalter Oh Schön Was? Das Ding geht unter, sobald man drauf tretet Oh, kommt schon Oh, der rutscht denn schon wieder Feuerschädel Du musst natürlich nicht fehlen Kein Kommentar Einfach kein Kommentar Okay Mann Das ist ja echt nervig So Wow Das ist aber schnell Los, 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 los Go, go, go Go, go Go, go, go Go, link, go, link Ach, wie hast du? Ach, man, da ist schon wieder so ein Teil Was? Soll ich an die Dinger hier machen? Meine Güte Ist das ein Fakt oder sowas? Faktantisch Scheiße Ich krach es nicht Ach, na gut Versuch's mal mit Lied der Zeit oder sowas Vielleicht geht das ja Hm 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 Oder so Sehr das Siegende Lied Und äh Hymn der Zeit Da, dam, 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 da Okay Vielleicht funktioniert ja das Ansonsten habe ich ein Problem Vielleicht sieht das ja Auch nicht vielleicht das bolero des feuers Versuch's es mal wert Äh Äh Falsch ein paar mal gespielt Ich habe das wieder vergessen Dass ich hier als die Melodie, die sie bei den Tempels spielen muss Hier kannst du nicht warm Ich war doch nicht überhaupt Wir wollen das Ding da loswerden Äh Mag ich auch keine mehr Das hat zwei Augen dabei Kann ich auch nicht mal einsetzen Ach, ist das doooof Okay Das ist jetzt echt scheiße Das ist echt scheiße Zwei gesagt Verblöden Dinger gebrochen Aber beim Rest scheitert's Das ist so Das ist ja typisch Das ist ja so typisch für mich Man Ernsthaft Wahrscheinlich ist es super einfach Und ich krieg's einfach nur nicht hier auf die Kette So So Näh Ich kann auch echt nix mehr einsetzen Ohne Scheiß Vielleicht kann ich halt den Tempel Vielleicht kann ich halt wenigstens das sie hier brechen Der Geister Tempel Das Geister Ding da Fuck it Fuck it einfach nur Ihr seid alle scheiße Jetzt sie geht nicht kaputt Und ich verarsche Und das hört zwei Treffer aus Ohne schlecht Okay Okay Autsch Hmm Ich denke mal da oben Ist eine Jopp Hmm 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 Okay Upsi Ah Ist jetzt kein Gebrochen Ja Okay Das scheint dann noch relativ human zu sein Vorraum Weil sie was ist im nächsten Raum erwartet Okay Feuer Schnecken Einfach nur ein Gepäck für den Gegner Aber hey Ich fand ihre Flaschen Das ist gut Das ist gut Okay Okay Toll Und jetzt Also mit den E-Tagen komme ich da nicht durch Wart mal Ach Wart mal Och nö Krabbelmin Ja Das ist schon mal die Tür Das ist gut Und was macht das hier Keine kleine Kiste Auf welcher Seite Auf welcher Seite Auf der Seite Jopp Warum nicht Und die drin haben wir Jetzt Krabbelmin Ha Ha Für den Fall der Feder Ne Okay Bin ich mal gespannt Was kommt denn nun Aha Okay Das ist schon wieder so eine Sonne Insignia Wäre sogar Hm Aber kein Sonnenschein Moment hier mal Wahrscheinlich Äh Ha Mal gucken Mal gucken Sag ich Hä Nabi Geht doch Meine Güte So Mal sehen Ich sollte weggehen Hm Wahrscheinlich muss es genau um explodieren Ja Ich weiß Na wie meine Güte Ne Das ist wieder nix Uh das war knapp Mal schauen Ich glaub das ist doch explodiert oder Okay So schon mal Nicht Och ich ahne schon Ich ahne es schon Sindsfeuerinfernung Mann ich hätte echt die Feuerfeile gebrauchen können Anscheinend Ha Huh Hm 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 oder auch nicht da ist doch nicht weil verflucht dann das ist dann schlecht es ist doch nicht wahr ich sag ja ich verzweifle ist sie gerade ein gellandorf turm das kann doch nicht die möglichkeit sein ich habe doch die hülle schneiden hülle sturm soll ich die hülle sonne hünder sondern anderes spiel ich habe das gefühl der fall des lichts vielleicht unter umständen muss ich ja feier des lichts auf die dinge abschießen ich habe auch die magie die kosten ist eine kostet nicht so viel scheiße da kostet verdammt viel okay toll leute das ist voll geil muss ich mal sagen das ist echt entgeil nicht man ist dazu kotzen dann machen wir mal die feuerschnecken platz das ist echt ich habe zu recht liebe leute ist das der letzte tour der letzte dann letzte herausforderung wenn sie es wollte ich will wenigstens ein verdammtes brechen wenigstens kann ich hier wieder meine magie zurückholen so aber es ist echt scheiße wenn ich ihn zwang sei als die feuerpfeile brauche weil da habe ich jetzt mal gucken wie ich ja die feuerpfeile rankommen aber hier wird die feuerpfeile schon ein ja ich weiß nicht so schnell zueinander auch nichts leute ich glaube ich brauche ich die feuerpfeile ich habe keine ahnung wo ich die her krieg und ich weiß nicht wie ich diese großen teile loswerden großen grüssen da das typische grad vollkommen egal ohne scheiß aber ich komme grad tendenziell gesehen ein knitzeltein wenigstens vor zwei habe ich nur zwei verdammt zwei von sieben ist nicht viel ich komme da nicht durch man das kotzt mich gerade echt an aber ohne scheiß gendorf du hast mich ich habe keinen bock mehr hier tschüss meine fresse boah ne leute mein ernst was soll ich da machen ich bin da ernsthaft überfragt ich weiß ich nicht mal wie ich zum lichtteil kommt zu den lichttypen komme gespeichern wie ich zu deinen fehler komme wieder was muss ich dafür tun ohne witz voll doof und so vielleicht überrasst man irgendwas ne ohne witz leute ich bin grad total überfragt ist auch voll gemein hier muss ich mal sagen ohne witz ist echt voll fies ohne feuerfeile habe ich da nicht wirklich viel chance ich weiß nicht wo ich die feuerfeile herbekomme gott verdammt nochmal was ist ja das gemeine ohne feuerfeile wird das nix und ich hab nix feuerfeile mann ich habe leute dann willst du doch nicht mit der letzten aufnahme session ich bin hier bereits schon am ende ich muss mich erst mal schlau machen wo ich die feuerfeile herkriege und wie ja ich glaube ich muss echt gucken wie ich da weiterkomme oder witz ich brauche die feuerfeile eine andere chance habe ich nicht und ich glaube kaum dass sie vielleicht als großer norm war soll ich als ein bisschen feuer fallen ich denke mal irgendwo muss ich da feuerfeile herkriegen irgendwo da muss ich mal drüber nachdenken über leute ich würde sagen das war dann erst mal von meiner seite aus und ich hoffe wir sehen das nächste mal bei den feuerfeilen ich wünsche einen schönen tag keine mal schüttelacht wie das nächste mal wenn es wollt macht es gut scheiße ich habe ich dachte ich könnte auch damit ich kann es machen hier